Wenn dein Kredit abgelehnt wurde, ist das enttäuschend und oft nicht nachvollziehbar. In diesem Video zeigen wir dir mögliche Gründe und sagen dir, was du tun kannst, um doch noch eine Kreditzusage zu erhalten. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Legen wir los! Warum lehnen Banken Kreditanträge ab? Ob ein Kredit abgelehnt oder vergeben wird, entscheidet die Bank auf Basis verschiedener Kriterien. Dabei spielen sowohl gesetzliche Vorgaben eine Rolle, als auch bankinterne Entscheidungsfaktoren. Ziel ist immer, die Zahlungsfähigkeit des Antragstellers möglichst gut zu bewerten, um die Bank selbst vor einem Zahlungsausfall zu schützen. Die gesetzlichen Vorgaben sollen zudem verhindern, dass Verbraucher sich überschulden. Die häufigsten Gründe für eine Kreditablehnung und Tipps, wie es trotzdem klappt. 1. Probezeit Wenn du dich in der Probezeit befindest, gilt eine Kündigungsfrist von 14 Tagen. Vielen Banken ist das zu riskant und sie lehnen den Kredit ab. Tipp Warte mit dem Antrag, bis die Probezeit vorbei ist. Alternativ kannst du deine Zusagewahrscheinlichkeit auch durch einen Bürgen- oder einen Mitantragsteller erhöhen. 2. Befristeter Arbeitsvertrag Auch ein befristeter Job kann zu einer Ablehnung führen, denn das Risiko eines Zahlungsausfalles ist größer, wenn das Arbeitsverhältnis endet. Tipp, wenn die Kreditlaufzeit kürzer ist als die Befristung, erfolgt keine Ablehnung aufgrund der Befristung. Du kannst natürlich auch mit deinem Arbeitgeber sprechen und um eine unbefristete oder länger befristete Anstellung bitten. Ein Jobwechsel ist ebenfalls eine Möglichkeit, allerdings startest du dann zunächst wieder mit einer Probezeit. Ist das alles nicht möglich, kann auch hier ein zweiter Antragsteller die Kreditchancen erhöhen. 3. Hohe laufende Kredite oder Leasingraten Banken legen einen maximalen Verschuldungsgrad fest. Wenn deine monatliche Belastungen durch Kredite oder Leasingraten hoch sind, kann auch das zu einer Ablehnung führen. Grundsätzlich können auch mehrere Kredite aufgenommen werden. Wichtig ist, dass das Verhältnis zwischen deinen Einnahmen und Ausgaben stimmt. Hast du schon mehrere Kredite laufen, ist auch ein Umschuldungskredit möglich, mit dem du auch mehrere Kredite zusammenfassen kannst. Gib hier beim Antrag einfach Umschuldung als Verwendungszweck an. 4. Geringer Haushaltsüberschuss Der Überschuss aus deinem Einkommen und den monatlichen Kosten, der auch Haushaltsüberschuss genannt wird, muss ausreichen, um die Kreditrate zahlen zu können. Ist dein Einkommen zu gering oder die Kosten zu hoch, wird der Kredit abgelehnt. Wähle hier gegebenenfalls eine geringere Kreditsumme oder eine längere Laufzeit. Gehe außerdem vorab deine Ausgaben durch und schau, wo du sparen kannst. Tarifvergleiche für Energie, Handy und Festnetzverträge können helfen, die monatlichen Raten zu reduzieren. 5. Häufige Disponutzung Wenn du häufig dein Konto überziehst, wirkt das auf die Bank, als wenn du deine Finanzen nicht im Griff hast. Andernfalls würdest du nicht die hohen Dispozinsen in Kauf nehmen. Vermeide also möglichst die Nutzung deines Disporamens. 6. Rücklassschriften Wenn du kein Guthaben auf dem Konto hast und dein Disporamen ausgeschöpft ist, werden Lastschriften nicht ausgeführt. Diese sogenannten Rücklassschriften sind ein schlechtes Signal für eine kreditgebende Bank und führen häufig zur Ablehnung. Auf deinen Kontoauszügen sollten deshalb keine Rücklassschriften zu finden sein. 7. Schlechter Schufa-Score Ist dein Schufa-Score schlecht oder hast du negative Einträge, kann das zu einer Kreditablehnung oder einem hohen Zins führen. Prüfe deine Schufa-Einträge Einmal im Jahr kannst du deine Datenkopie kostenlos bei der Schufa anfordern. Schau darin nach fehlerhaften Einträgen und lasse sie korrigieren. Dort findest du auch kreditrelevante Verträge, zum Beispiel eingerichtete Disporamen zu Girokonten, Mobilfunkverträge und so weiter. Überlege dir welche du nicht benötigst oder nutzt und kündige sie. 8. Zahlungen an Inkasso-Unternehmen Normalerweise sind Inkasso-Forderungen bereits in der Schufa-Auskunft ersichtlich. Sind sie das nicht, sind die Zahlungen an ein Inkasso-Unternehmen dann auf dem Kontoauszug sichtbar. Auch das kann zu einer Ablehnung führen, da die Bank von einer schlechten Zahlungsmoral ausgeht. 9. Zu hohes oder zu geringes Alter Für die Kreditvergabe spielt auch dein Alter eine wichtige Rolle. Bist du zu alt oder zu jung, steigt das Risiko eines Zahlungsausfalls. 10. Falsche Angabe im Kreditantrag Fehlerhafte, falsche und unvollständige Angaben können ebenfalls zu einer Ablehnung deines Kreditantrages führen. Achte unbedingt darauf, dass alle Angaben im Kreditantrag fehlerfrei und vollständig sind. 11. Kurze Selbstständigkeit Selbstständige und Freiberufler erhalten einen Kredit, je nach Bank, erst nach zwei bis drei Jahren der Selbstständigkeit. Bist du weniger als diese Zeit tätig, kommt es wahrscheinlich zu einer Ablehnung. 11. Was tun, wenn ein Kredit abgelehnt wurde? Wenn ein Kredit abgelehnt wurde, helfen dir folgende Tipps, um doch noch ein Darlehen zu bekommen. Tipp Nummer 1. Gründe der Ablehnung erfahren Frage bei der Bank nach den Gründen für die Ablehnung. So kannst du leichter daran arbeiten, Lösungen zu finden. Leider geben nicht alle Banken Informationen zur Ablehnung eines Kredites. Einen Versuch ist es aber wert. Tipp Nummer 2. Bei anderen Bankenanfragen Nicht alle Banken haben die gleichen Kriterien für die Kreditvergabe. Wenn dein Kredit bei einer Bank abgelehnt wurde, kann es bei einer anderen Bank durchaus klappen. Stellst du also bei mehreren Banken eine Anfrage, erhöht das deine Chancen. Aber Achtung! Wurde dein Kreditantrag von einer Bank abgelehnt, können das andere Banken 10 Tage lang sehen. Außerdem belastet es deinen Schufa-Score. Je mehr solche Kreditanfragen gestellt werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit weiterer Ablehnungen. Wichtig ist daher, dass eine neutrale Konditionenanfrage gestellt wird. Diese erscheint nicht in der Schufa und ist daher auch nicht für andere Banken einsehbar. Sie wirkt sich außerdem nicht auf den Schufa-Score aus. Unter dem Video verlinken wir dir einen Anbieter, der eine schufa-neutrale Konditionenanfrage an mehr als 20 Banken stellt. Kostenlos und unverbindlich. Hast du noch Fragen zum Thema? Dann schreib sie einfach in die Kommentare. Wir beantworten sie gern. Dir hat das Video gefallen? Dann lass uns doch einen Daumen hoch da. Wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!